Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke Zockt Pro Cycling Manager 2024. Heute mit der letzten Generalprobe vor dem Giro und zwar mit der Tour of Turkey. Ist jetzt vielleicht nicht das wichtigste Rennen auf der Welt, aber wir sind ja immer noch ein Pro Conti Team. Es ist eine 2.0 Pro Tour. Ein Rennen, wo ich gerne ein Ergebnis einfahren möchte. Wir haben gemixtes Profil aus hügelig, flach und auch einer richtigen Bergankunft. Acht Etappen insgesamt und mein Plan war eigentlich, man muss ja gucken was im Rennkalender so möglich ist, hier auch tatsächlich ein paar Leute, die in den Ardennen zu kurz gekommen sind, wie auch Max Schachmann mit einem Formhöhepunkt drauf anzusetzen, denn wir haben ja leider keine Wildcards gekriegt. Gleiches gilt auch, kann ich jetzt bestätigen, für die Vuelta. Die Wildcards für die Vuelta wurden erst Mitte April bekannt gegeben und wir sind tatsächlich leider nicht dabei. Hätte ich nicht gedacht. Sonst war das relativ easy vom Spiel aus daran zu kommen, aber das heißt nur Giro dieses Jahr wieder. Also wir müssen uns da echt verstärken, dass wir nächstes Jahr interessanter werden für die Rennveranstalter. Ob ich Max Schachmann jetzt doch noch mit zum Giro nehme, deswegen wird sich zeigen. Konzentrieren wir uns hier aber erstmal auf die Tour of Turkey. Da kann ich sagen, wir wollen mehrere Etappen gewinnen und ich will die Gesamtwertung holen. Die Konkurrenz ist natürlich nicht ganz so groß, es ist kein WorldTorrent und der Giro steht kurz vor der Tür. Also da haben wir schon sehr gute Karten hier mit dem Team was zu reißen, dann mache ich keinen Hehl draus. Aber das wollen wir dann auch letztendlich in Ergebnisse ummünzen und da auch Punkte sammeln und Erfolge für unseren Sponsor. Wir haben hier schon eine kleine Welle, über die wir jetzt drüber müssen. Aber dann sieht das relativ gut aus, dass wir Timo Kielig gleich einen Sprint anfahren. Wir haben jetzt auch nicht die geballte Sprint Konkurrenz hier am Start. Deswegen ist es hier auch unser Team, welches wahrscheinlich den besten Anfahrzug hat, weiß ich gar nicht, aber die Tempo Arbeit machen und das Tempo vorgeben. So, Germani, Lorenzo Germani ist sicherlich auch noch einer für die Gesamtwertung. So, Schachmann wird abgeschossen und Kielig gibt Gas. Kielig im Sprint gegen Ulicht, Dversness und Co. Timo Kielig kommt am Ende noch mal. Reicht es noch für den Sieg? Es reicht ganz knapp nicht. Frederik Dversness von UNOX siegt hier Kielig auf der 2. Ah, da trennte die beiden nicht viel. Aber leider schon mal das erste Ding nicht eingetütet. Auch auf der zweiten Etappe wird es gleich wieder einen Sprint geben. Da braucht man kein Prophet sein. Aber wir haben kurz vorm Ziel noch mal so einen kleinen Anstieg, wo wir jetzt mal reinbrettern werden. Alles nicht besonders steil und auch relativ kurz. Aber das bietet sich natürlich immer optimal an, um da mit einem Team ordentlich drüber zu fahren. Wen haben wir hier? Das gelbe Trikot ist aber nicht weit von uns entfernt. Zwei Kilometer haben wir noch. So, Germani übernimmt jetzt mit Schachmann und Kielig am Hinterrad. Wir gehen da auf eine 99. Also viel dazu setzen kann man sicher nicht mehr. Am Ende kommt es zum Sprint. Kielig gegen Grat, Dversness und Ulicht. Und leider ist Timo Kielig auch hier ein bisschen zu früh gezündet. Am Ende unterlegen gegen die anderen Sprint. Da hätte ich gedacht, kommen die anderen nicht mehr dran vorbei. Aber Chapeau. Ganz so einfach wird es hier also nicht. Am Ende wieder knapp vorbei, aber kein Sieg. In der Gesamtwertung bleibt natürlich alles relativ gleich. Nur ein paar Sekunden Abstand hier. Der Norweger Dversness immer noch in Front. Aller guten Dinge sind hoffentlich drei. Denn Tag drei ist jetzt auch wieder ein Sprint. Diesmal tatsächlich komplett flach. Eine Bergwertung zwischendrin. Haben wir mal die Wertungstrikots. Abgesehen jetzt von den Sprintwertungen. Wenn sich das irgendwie ergibt, interessieren mich eher weniger. Wir wollen die Gesamtwertung und möglichst viele Etappen gewinnen. Da ist doch genügend Platz. Können wir denn jetzt vielleicht hier mal auf der linken Seite rauskommen? Das wäre doch mal was. Zumindest uns nicht immer von irgendwelchen überrollen lassen. So, Schachmann, Germani und dann Kielig. So ist der Plan. Schachmann, Stachy sieht das Ding jetzt an. Relativ frühzeitig, damit wir nicht überrollt werden. Und Kielig verliert das Hinterrad von seinem Anfahrer Germani leider. Dann ist es auch kein Wunder, der erst gewinnt hier, dass Timo Kielig am Ende nur noch auf Platz 10 reinkommt. Ah, das ist da denn schon wieder schiefgelaufen. Bis dahin sah das doch gar nicht so schlecht aus. Ich schaue es mir extra nochmal an. Hier ist Germani's Befleunigung und Kielig, ja. Ach, PCM Sprints. Irgendwie. Man löst den Sprintbefehl aus und der Hintermann zieht einfach nicht mit. Sieg für Euschkartell hier. Einer aus Flandern bei Team Euschkartell. Das ist auch wild. Bisschen aber. So kommen die auf den Sprintsieg. Sascha Wehmers. Gut, inzwischen auch 27 Jahre alt. Aber so low key für uns vielleicht auch sogar interessant. Leider läuft sein Vertrag noch länger. Na gut, was ist mit dem hier? Wenn ich den gerade schon mal anspreche. Also Belgier. Das sind natürlich jetzt keine Jasper Philipsons der Welt. Das ist mir schon klar. Aber naja, bessere Ergebnisse als Timo Kielig haben sie bislang gebracht in den Sprints. War nicht für unser Team, aber nun gut. Also Etappe 4 ist jetzt ein bisschen hügliger. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was daran jetzt so großartig anders sein soll als zur Etappe 2, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht ein Tacken steiler. Aber ich denke, Kielig ist hier trotzdem noch ganz gut mit dabei. Ich glaube, hier wird es auch keine Abstände geben. Der Träger des gelben Trikots wird wahrscheinlich vorne bleiben. Egita und Roger Adria, sieht man jetzt hier auch, sind mit Sicherheit so ziemlich die besten Bergfahrer mit George Bennett. Wir wollen mal gucken, ob man da mit Schachmann und Germani bei einer Bergankunft gegen anstinken kann. Aber komm, heute muss doch jetzt endlich mal klappen mit dem ersten Sieg. So, wir sind mittendrin im Etappenfinale und wenn man sich hier mal die Steigungsprozente anguckt, ist das alles auch nicht so dramatisch. Also das werden die Sprinter wohl überleben. Vielleicht sollte ich diesmal aber, bevor ich da vollends auf 99 gehe, ein bisschen warten. Eigentlich ist unser Team hier wie dafür gemacht, diese Etappe zu gewinnen. Scheiß mal auf Egita und Co. So, das muss ja wohl drin sein. So, 5 Kilometer haben wir noch. Wo ist die Konkurrenz? Bennett, Agliotti und so weiter. Egita ist hier hinten. Kommt jetzt so langsam nach vorne. 4 Kilometer sind es noch. Jetzt geht es so allmählich in den Anstieg rein. Bleib erst mal bei einer 95. Wir haben 3 bis 4 Prozent. Jetzt 4 Prozent. So, Holgas. Gehen wir hier. Wir warten mit Schachmann ein bisschen länger. Jetzt bei einem Kilometer vielleicht mal. Und Timo Kielich. Jetzt kommt er an Hüsing vorbei. Müsste eigentlich der Fall sein. Da kommt Piccoli gerade. Ziehen wir hier so auf. Da kommt Agliotti noch vom Bohrer. Aber es reicht. Jawohl. Holgas hier. Agliotti hier noch auf Platz 3. Aber Egita und Zwiehoff auch nur weiter hinten gelandet. Yes. Gut. Das ist aber auch das Mindeste. Also ich habe mir ja hier ordentlich was ausgerechnet. Etappensieg für Kielich. Etappe 4. Ist okay. Wir sind erst mal im Soll. Aber mehr auch nicht. Wie sieht es jetzt mit den Bonus Sekunden im GC aus? Gucken wir uns das mal an. Oh. Wir haben sogar 3 Sekunden Abstand rausgefahren. So. Immerhin. Aber es reicht trotzdem deutlich ganz eine Sekunde Abstand. Mein Kielich hätte jetzt glaube ich eh nur noch einen Tag. Wenn es jetzt bergig wird eh nicht mehr lange das Trikot behalten. Aber so hat es sowieso nicht ganz gereicht. Vielleicht schaffen wir das gleich in den Bergen noch. Aber dann halt mit Germani oder Schachy. Bergwertungen können wir vielleicht noch im Bei. Beiläufig übernehmen. Aber Punktewertung ist Kielich erst mal vorne. Aber das bleibt noch spannend. Jetzt kommt nämlich die besagte Etappe von mir. Ist zwar noch Mittelgebirge. Aber es ist eine wirkliche Bergankunft. Und genau passend. Jawohl. Vorm Höhepunkt für Schachmann Germani. Schon ein bisschen länger dabei. Wer ist denn hier so favorisiert? So. Wir sehen. Oh. Es gibt auf dem Papier doch deutlich bessere Bergfahrer. Ja. Eta allen voran. Muss man ja ehrlicherweise schon mal sagen. Aber ich rechne uns dennoch Chancen aus. So. Wir versuchen mal mit Timo Kielich die Führung in der Punktewertung. weiter auszubauen. Das heißt der geht in die Ausreißer Gruppe. Der Mann in Gelb direkt hinterher. Ja okay. Was jetzt so geil ist weiß ich auch nicht. Wir gucken einfach mal. Also gut. Wobei Diversen ist jetzt im Gebirge auch nicht so wie Gefahr ist. Aber ich vermute der fährt nicht mit uns zusammen. Wir sind halt in der Gesamtwertung zu gefährlich. Ich will ja eigentlich nur die Sprintwertung gewinnen. Wir gucken mal. Wenn nicht ist auch egal. Ansonsten Schachmann und Germani mit einer guten Tagesform. Das ist sehr schön. Das sind unsere Hauptprotagonisten. Was können wir sonst noch? Tonelli und auch Macielusi durchaus gut am Berg. Die können dann mal die Leute hier beschützen. Und wir gucken was in Richtung Ausreißer Gruppe geht. Sonst geht es hier erst am Ende richtig zur Sache. Und sehr steil. Muss man ja mal sagen. Es war kein Alpenpass. Aber sehr steil. Wir sind unmittelbar vor der ersten Sprintwertung. Und ich muss einfach sagen. Das Hauptfeld war da zu sehr hinterher. Dass wir so in dieser Konstellation nicht weit weg kommen. Deswegen mussten wir uns zurückfallen lassen. Also wir Diversen ist als Gegenspieler. Und Kiel ich auch. Auch ein paar andere konnten sich jetzt absetzen. In der Sprintwertung ist auch nichts mehr zu holen. Da gibt es nur für die ersten drei Punkte. Also das können wir ignorieren. Da kommt es also weiterhin auf die Sprintankünfte an. Das aber erst an den nächsten Tagen nochmal. Noch 12 Kilometer. Wir fahren jetzt rein in den Schlussanstieg. Und ja. Da seht ihr jetzt auch ziemlich genau. So von den Steigungsprozenten. So 8 bis 9. Kurzzeitig auch mal über 10 Prozent. Geht es auch bis nach ganz oben hin. Vorne haben wir noch so ein paar Ausreißer. Aber die machen es auch nicht mehr lange. Und ich denke hier wird gleich noch ordentlich durchselektiert werden. Dass nur noch die besten Bergfahrer am Ende übrig bleiben. Wir haben zum Glück ein paar im Aufgebot. So ist es ja nicht. Ich fahre wie immer den berühmten Skytrain. Ja danke. Lock uns hier nicht weg. Hab bis dahin die Leute beschützt. Naja gut. Wenn Schwarzmann hier noch von vorne fahren kann mit 61 Mittelgebirge. Kann das Tempo noch nicht hoch genug sein. Wir fahren erstmal weiter eine 85. Die Ausreißer sind alle eingeholt. Alioti. Einer der besseren Bergfahrer. Den sieht man hier schon. Garcia. Auch ganz passabel. Jan Hirt. Auch nicht zu verachten. Ein paar Namen. Verkehren hier schon mal in den Kreisen. 7 Kilometer noch. Wir gehen mal zurück. Schauen was hier so abgeht. Kielig. Der kann eigentlich rausnehmen. Dann ist er auch in der Gesamtwertung nicht mehr gefährlich. In den nächsten Tagen. Und so ziehen wir hier weiter munter unsere Kreise. Alter das gelbe Trikot ist ja immer noch da. Pass. So. Der Fartis Banking. Fifissima Express. Geht steil. 5,5 Kilometer noch. Kleine steilere Stellen kommen gleich. Blicken wir doch mal aus dem Helikopter drauf. Hier sind immer noch viel zu viele am Start. Aber wer jetzt so weit hinten ist. Der wird auch glaube ich nie wieder. Die Spitze dieses Rennens sehen. Noch 4 Kilometer. Schieht weiterhin stabil aus. In der Attacke werde ich nicht fahren und nicht fahren können. Aber wir versuchen gleichmäßig ein hohes Tempo. Fachmann denke ich wird das ganz gut bis nach oben hindurch kriegen. Jetzt hier nochmal so 10% Rampen dabei gehabt. 85 ist natürlich sehr ambitioniert. Aber wir gucken mal wie lange das gut geht. So jetzt kommt Germani. Und dann kommt Max Schachmann. Gehen wir mal auf eine 80 vielleicht runter. Jetzt sind hier nur noch die besten Bergfahrer am Start. Nur noch die besten Bergfahrer. Wobei ich mich hier wunderbar übernahm. Die man hier vorne sieht. Heilige Scheiße. Wer ist das denn? Fagundes. 74 Berg. Nicht schlecht. Ben Zwiehoff. Ja du Igita. Da kommt Schachmann. Ja viel trennt die nicht. Wenn die uns hier nicht noch lang machen können. Ja nur wieder. Das junge belgische Talent. Roger Adria. Ja so 13 Mann. Größtenteils beisammen geblieben. Wenn wir hier mit Igita zusammen in dieser Gruppe reinkommen. Das wäre ganz nice. Zum Glück kann sich da jetzt keiner so richtig absetzen. Ich hoffe da kommt jetzt nicht nochmal so eine ernste Beschleunigung. Ein paar Sekunden könnten wir schon verlieren. Wenn man ehrlich ist. Am Ende gewinnt hier tatsächlich. Fagundes. Ich fasse es ja nicht. Igita auf der 2. Hirt auf der 3. Ja Schachmann wird doch ein bisschen verlieren. Am Ende gewinnt hier der Uruguayer Erik Fagundes von Burgos Berche. Muss ich gestehen. Habe ich noch nie in meinem Leben was von gehört. Aber Chapeau. Schachmann auf der neuen 30 Sekunden verloren. Ob den Sieger Germani kommt mit 1.36 rein. Ich muss sagen da habe ich unsere Bergfahrkünste ein bisschen überschätzt. Gebe ich ehrlicherweise zu. Ja Platz 8. 40 Sekunden. Ob das noch zum Gesamtsieg reicht. Ich weiß ja nicht. Etappe 6 ist jetzt nochmal eine mögliche Chance für Timo Kielich. Wenn der es denn endlich mal hier an das richtige Hinterrad schafft. So wir wurden hier ganz schön gerade in die Mangel genommen. Toneli bitte verzieh dich dort. Linkskurve. Ja wir ziehen einfach schon mal an. Haben jetzt eh nicht die beste Ausgangslage muss ich sagen. Junge. Wie Schachmann einfach nicht an dem vorbeikommt. Was ist denn das. Also diese Sprints sind doch so broken. Komischer Bergaufsprint. Guckt euch mal den Streckenverlauf an. Wer würde denn in echt so sprinten. Völlig wild. Am Ende sind wir völlig unter ferner Liefen. Also ich will es jetzt nicht auf die Streckenführung schicken. Äh schieben. Aber das sah ja absolut wild aus. Und vorher kam wieder irgendwie Schachmann mit dem Sprint nicht in Tritt. Äh feiße man. Das ist nicht gut für die Punktewertung. Die hat uns jetzt nämlich unser Widersacher hier ziemlich deutlich erstmal abgenommen. Können wir da auf den letzten beiden Etappen noch was reißen. Die sind übrigens überwiegend flach. Also an der Gesamtwertung wird sich bis auf geringfügige Dinge eigentlich auch nichts mehr ändern. Wir könnten hier vielleicht überlegen bei der letzten Bergwertung ähm was zu starten mit Schachmann so sneaky. Das wäre mal eine Option. So leicht wellig. Also das Rennen vielleicht schwer machen. Und dann da nochmal attackieren. Ich glaube das machen wir mal. Noch 84,5 Kilometer bis ins Ziel. Vorne haben wir drei Ausreißer. Die haben wir schon ähm ja ganz gut wieder zurückgeholt. Der hat einen deutlich größeren Vorsprung. Und da ist keiner so richtig hinterher gefahren. Habe ich uns jetzt sogar in der Notwendigkeit dazu gesehen. Die sind zwar in der Gesamtwertung nicht gefährlich. Aber ich opfer hier möglicherweise sogar einen potenziellen Etappensieg mit Timo Kielich für mein Vorhaben in der Gesamtwertung. Jetzt wird es wellig. Wir werden das Rennen animieren und schwer machen. Und an dem letzten Anstieg angreifen. Von dieser Dreierbergwertung geht es leicht abschüssig in Richtung Ziel. Und es sind noch 13 Kilometer. Das heißt, das ist jetzt nochmal so unsere beste Gelegenheit. Mit Schachmann uns A abzusetzen. Um ein bisschen Zeit rauszuholen. Und ja B vielleicht selber auch nochmal eine Etappe zu gewinnen. Ist sehr ambitioniert. Aber nicht unmöglich. Noch 30 Kilometer. Wir haben schon einige Helfer hier aufgeraucht. Und das Feld ist sehr in die Länge gezogen. Also da sind zwar noch 135 dabei. Aber es geht jetzt auch kaum mehr schnurstracks geradeaus. Hier gibt es sogar andere, die jetzt hier auch noch ordentlich aufs Gas treten. Der Anstieg dürfte natürlich gerne auch ein bisschen länger sein. Ist er leider nicht. Ja, jetzt schaut man. Ist auch nicht mehr so der Explosivste. Aber wir müssen es versuchen. Ich will hier vorher aber nochmal ein paar Leute loswerden. Jetzt gibt es hier sogar Attacken. In Richtung Ausreißergruppe. Hier sind noch 3 vorne. Aber nur noch 30 Sekunden. Ja, mach das ruhig aber mal schwer. Der Fankhude ist tatsächlich sogar im Führungstrikot. Krass. Das hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Tonelli ist jetzt schon am Limit. Wir müssen weiterfahren. Wir müssen weiterfahren. Hier gab es einen Abstand. Jawohl. Vielleicht sind hier auch gute Leute dabei. Können wir uns jetzt nicht mit befassen. Wir bleiben weiter auf dem Gaspedal. Fachmann wird bis in den letzten Anstieg reingeschickt. Und dann muss er vielleicht auch alleine durchziehen. Wir sind kurz vor der Einfahrt in den Anstieg. So, Matsch Lusi sieht zu, dass wir hier eine optimale Ausgangslage haben. Und Germani. Bitte. An der einen Bergankunft hast du mich ehrlicherweise ein bisschen enttäuscht. Aber wie sieht es jetzt aus? Können wir uns hier absetzen? Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir fahren das erstmal so weiter. Da zieht keiner mit. Da geht keiner mit. Jawohl. Wir sollten gemeinsame Sache machen. Das werde ich jetzt tun. Und beide auf vielleicht eine 95. Ja, leicht abschüssig einstellen. Also 13 Kilometer ist noch ein bisschen weit. Das Schachmann hier alleine ist. Oh, da wird geschlafen. Da wird ja richtig gepennt. Und bis jetzt dann Bora mit Paul Rudis die Nachführarbeit macht. Also da hat man uns glücklicherweise über eine Minute gegeben. Was ist hier jetzt los? Das Team des Führenden kann nicht. Burgers und die anderen zögern. Dämlicherweise ein bisschen. Ja, scheiße. Es ist doch gar nicht so abschüssig. Tauscht euch hier gut untereinander aus. Ich muss mal gucken, ob das mit der 95 okay ist. Das wird mit Sicherheit noch knapper werden. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir durchkommen. Die Frage ist, wie viel Vorsprung können wir ins Ziel retten? Ist das so okay mit dem Abstand? Ich will natürlich jetzt auch nicht Schachmann hier platt fahren. Aber ich denke, die müssen sich trotzdem die Arbeit aufteilen. Sonst wird da nichts. Wir springen mal zurück. Ja, Bora hat jetzt hauptsächlich hier die Verantwortung übernommen. Hier sehen wir den gelben Mann. Die strecken sich auch. Aber hier kann man halt auch nicht so viel Zeit aufholen. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht gleich noch so ein richtiger Sprint an. Das wäre natürlich fatal. Es wird reichen. 35 Sekunden, 37 Sekunden. Schöne Aktion, die wir hier gerissen haben als Team. Komm, quetsch noch mal das letzte raus. Schachmann mit den letzten Reserven. Wir wollen hier jede Sekunde rausholen. Der kann erst nach der Ziellinie jubeln. Oh mein Gott. Die können tatsächlich noch sprinten. Nevermind. Naja, immerhin haben wir die Etappe gewonnen mit Schachmann. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die noch so angeflogen kommen. Spintner auf der 2, Egita auf der 3. Weil es war wie so häufig, die konnten einfach noch sprinten. Ich dachte, das Tempo war so hoch, dass da nicht nur die Helfer platt sind, sondern auch die Kapitäne. Aber am Ende wird das hier wohl zeitgleich sein. Schauen wir uns die Zieleinfahrt mal an hier aus der Zielkamera. Ja, ist doch noch ziemlich knapp geworden. Hätte ich nicht mehr mit gerechnet. Aber am Ende steht der Etappensieg. Schöner Erfolg plus Bonussekunden. Katapultiert natürlich. Schafft man jetzt auch ein bisschen weiter nach vorne. Zwar nur 10 Sekunden von 40 dann auf 30. Platz 6 ist okay. Besser als vorher. Und zu guter Letzt auf der 8. Von 8 Etappen haben wir noch mal einen flachen Sprint. Allerdings Timo Kiewlichs Form ist schon ziemlich im Keller. Da rechne ich mir jetzt ehrlich gesagt keine Siegchancen mit dem mehr aus. Ja, mal gucken. Vielleicht können wir uns mit Schachmann irgendwie noch in Bonussekunden reinlacken. Wenn sehr viel richtig läuft. Wir geben unser Bestes. Ja, scheiße man. Diese belgischen Teams. Da sind wir noch ein bisschen hinterher. Was die Sprintanfahrt anbelangt. Also Lotto hat uns da noch einiges voraus. Versuch mal hier. Germani, verzieh dich bitte. Auf der linken Seite mit Schachmann rauszusprinten. Und jetzt mit Kielich. Gar nicht so verkehrt. Timo Kielich kann er da am Ende nochmal ankommen. Gegen Tamino und Co. Kubisch, Bittner, Kielich auf der 3. Auch Rockers am Hinterrad. Gar nicht so verkehrt. Für, dass die Form so schlecht war. War mein letzter Move mit Schachmann hier eigentlich ganz passabel. Ja, unterm Strich muss ich sagen, doch ein bisschen enttäuschendes Ergebnis. Aber immerhin haben wir zwei Etappen gewonnen von 8. Das kann sich schon mal sehen lassen. Auch wenn ich am Ende in der Gesamtwertung gerne mehr als nur Platz 6 und Platz 12 erreicht hätte. Bin ich einigermaßen zufrieden für diese kleine feine Generalprobe. Ich hoffe dann beim Giro kann es ähnlich erfolgreich werden. Ich sag mal, wenn wir da zwei Etappen gewinnen und sechster in DC werden, ist das natürlich schon mal eine Ecke mehr wert. Aber da, ja mal gucken, was unser Team da so schönes zaubern kann. Das und vieles mehr seht ihr dann beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Mr. Luke zockt Pro Cycling Manager 2024. Bis dahin, macht's gut. Ciao.